Jungs Krass Oh Hier können wir nicht rein Bestimmt mit dem Weg nach oben Razorlight, moin Ich glaube andere Seite Oder warte mal Da ist noch Irgendwie die Tür da auf Sam, hilfst du mir mal? Ja Ja, was haben wir denn hier? Ja, was haben wir denn hier? Der ist offen bei irgendwas Sam? Ja, auf geht's Das hätte man aber easy einschlagen können So nebenbei Ah Achtung Sag doch Achtung Hab ich Weichei Wir nehmen mal vorsichtshalber noch Ein Pulverfass mit Wenn das geht Nicht, dass wir Ja Geht Nicht, dass wir da noch eine Stelle haben Dieter, moin Nein Beeilung ihr zwei Ähm, warte Ja, wir Muss man die ganze Arbeit hier machen Oha, was ist das denn hier? Ist da oben noch irgendwas? Ne Oh Oh, ich bin erschrocken ey Ja, jetzt steht das Steht das Fass oben Egal Warum du mir keinen Zap da lassen kannst Eigentlich geht das Versuch's am besten über den Link Komme Sieht er das mal an? Ah, der heilige Dismas So sieht man sich wieder Also, was haben wir hier? Mehr Siegel Da ist hier unser Avery Thomas II Und das ist Adam Baldrige Und das ist Adam Baldrige Das ist Adam Baldrige, das Joseph Farrow und das Richard Wand Hm Piratenkapitäne Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch Tja, also Hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht 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 einer der Armen Versuch's mal Komm schon Jungs Wenn ihr den Armen Dismas genug verfummelt habt Solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen Das Trapez muss der Vulkan sein Die Krone ist Kings Bay Das ist deine Karte, Gentleman Victor, du bist ein Genie Gehört nicht Genie Ah Okay, also Wir sind hier Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel Okay, dann sind die anderen Siegel Die Türme aus Averys Zeit Ich meine In einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind zwölf Türme Hey, Victor Hm? Brauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Oh, oh Wir sind wohl nicht die Ersten hier In Deckung Runter Na scheiße Ein Hintergrund Ich gehe aus Ich gehe aus Da ist doch noch ein Sniper Alter Wo ist er? Alter Ja, ich hoffe doch Was machst du da? Eine Vermutung bestätigen So Alter, ja Die haben die Türme auch durchsucht Standorte, Siegel, einfach alles Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch Okay, wir sind drei Und Gott weiß wie viele die sind Und die haben Vorsprung Ja, aber Sie wissen nicht, welcher Turm es ist Super Nathan Wir nämlich auch nicht Wissen wir doch Die wissen wir doch Ah, etwas abgenutzt Genau da, das passt Sicher, es könnte auch das hier sein Mist Ja Zwei ist besser als zwölf Okay Ich nehme diesen Turm Du und Sully Ihr nehmt den Nein, 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 nein In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten Genau Wenn wir sie schnappen wollen Müssen wir uns aufteilen Sam, jetzt warte doch mal kurz Nein, die Türme Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay Wenn du auf diese Schorlein-Clowns triffst Ruf uns an, okay? Bis später Okay Komm halt Beeilung Ja Das war jetzt Fail mit der Camp Egal Sichtbar und doch verborgen Okay, da ist unser Turm Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt Das war ein Fail Egal So, machen wir weiter Was müssen wir jetzt machen? Ich glaube, jetzt habe ich irgendwas verpasst gerade Hier steht der Bahn Oh Als ob die uns das erzählen würden Oh Mist Tut mir leid Hier, ich helfe Ihnen Mein Freund Entschuldigen Sie, mein Freund Ich habe Ihnen leider nicht gefüttert Kommt sicher, wir wollen nicht nach oben Das ist gut Hast du gesehen, wie sie geguckt hat? Du halluzinierst Ja, das glaube ich nicht Dann lade sie doch zu etwas Gewürzbrot ein Kann man mal machen Ich danke Ihnen sehr, Sir Guten Appetit Empfehlen Sie mich Alles klar Was macht er hier? Kleines Kerl Die Schocken Die sind richtig cool Die habe ich schon mal im Zoo gesehen Mein Name ist Eric Ah, guck mal hier Er hat mir den Apfel geklaut Er klappt mir einfach den Apfel Oh ja Er hat recht Das riecht gut Hier geht es weiter Verschlossen Wir müssen irgendwie reinschleichen Das beinhaltet das Wort Schleichen schon Die beiden, ey Hey, schau mal da Das Fenster da drüben ist kaputt Hey, Sully Ich glaube, wir kommen hier durch Na, das sollte gehen Oh Mann Da geht es tief runter Alles klar, da hinten? Oh ja Du hast dein Tempo Ich mein's Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Und Der noch ganz Angenehme Kletter Oh Kletterpartien Okay, mal sehen, was wir hier haben Aber dafür, dass er schon so alt ist Ist er noch ordentlich fit Als die anderen Türme Edward Englands Siegel Wie es auf der Karte stand So, wonach suchen wir? Gute Frage visst Tschüss Gute mich Chat es